Strompreiserhöhung 2023, Millionen Rentner leiden, zocken uns die Stadtwerke wegen der Strompreisbremse ab. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Pünktlich vor Ablauf der gesetzlichen 6-Wochen-Frist kommt es in vielen Städten Deutschlands zu einer wahren Strompreiserhöhungsurge der jeweiligen Stadtwerke. Die Strompreise sollen ja zum 01.01.2023 zum Teil doch sehr, sehr deftig erhöht werden. Wer glaubt, es geht nur in den einfachen Prozentbereich, der täuscht sich gewaltig. In vielen Städten Deutschlands drehen die Energieversorger gewaltig an der Preisschraube. Von 70% und mehr ist die Rede, die sich der Stromtarif oder die Stromtarife ab 2023 erhöhen können. Wer denkt, alles ist in Ordnung mit diesem Strompreiserhöhung, kann sich aber gewaltig täuschen. Für die Stadtwerke und Energieunternehmen steht bald Weihnachten vor der Tür. Der Weihnachtsmann mit dem Gabensack nennt sich Strompreisbremse. Denn wen wundert es, die Strompreisbremse auf 40 Cent die Kilowattstunde kann gerade dazu einladen, die Preise vorher derart zu erhöhen, dass einem normalen Menschen nur noch Angst und Bange werden kann. Der Geschäftsführer der Stadtwerke Dreieich, Steffen Artha, warnte jüngst in einem Brief an Robert Habeck und Kanzler Scholz vor Mitnahmeeffekten der Stadtwerke und Energieversorger. Er selbst, also er teilte sich selber mit und das vielleicht auch nicht ohne gewissen Stolz, dass die Stadtwerke Dreieich die Preise für Strom nur auf 37,5 Cent angehoben haben, also noch unter diesen 40 Cent bei der Strompreisbremse liegen. Mehr noch, Steffen Artha tut dies aus gesamtgesellschaftlicher Verantwortung, die er aber nicht bei allen Stadtwerken so sieht. Die Frage, ob die Strompreisbremse zu Mitnahmeeffekten führen kann oder entführen könnte, steht im Raum. Konkret schreibt er dem Habeck, Diese haben lieber auf kurzfristige Terminkontrakte mit billigen Preisen gesetzt. Andere Stadtwerke erhöhen möglicherweise deshalb auch jetzt die Strompreise und mit diesen Strompreisen natürlich auch ihre operativen Gewinne, weil sie die Preise um 20 bis 30 oder 40 Cent sogar noch erhöhen. Möglicherweise nicht geschuldet den aktuellen Marktpreisen, sondern der politischen Entscheidung, eine Strompreisbremse einzuführen. Für die Verbraucher bleibt es bei 80 Prozent des eigenen Gesamtverbrauchers bei maximal 40 Cent Kilowattstunde Strom. Die Differenz zu den gefühlt maßlos angestiegenen Preisen ab 2023, die über den 40 Cent liegen, zahlt ja der Staat, der den Ausfall der Energieversorger über die 40 Cent Grenze erstattet. Daher liegt es möglicherweise auf der Hand, dass viele Stadtwerke gerade jetzt die Strompreise steigern, um über die Strompreisbremse die Gewinne einzufahren. Den Endkunden bleiben ja die maximal 40 Cent praktisch übrig, aber die tun ja auch schon richtig weh. Wenn das wirklich so sein sollte, wie der Geschäftsführer der Stadtwerke Dreieich vermutet, wäre dies eine Riesensauerei der entsprechenden Stadtwerke und zwar auf unsere Kosten. Nicht genug, dass schon viele Millionen Rentnerinnen und Rentner, Arbeitnehmer, Verbraucher und Unternehmen unter den hohen Strom- und Gaspreisen zu leiden haben. Wir hoffen, dass viele Menschen, Verbraucher, Rentnerinnen und Rentner den Stadtwerken, die die Preise erhöht haben, auf den Zahn fühlen, die neuen Rechnungen prüfen lassen und gegebenenfalls auch juristisch gegen die zum Teil exorbitant gestiegenen Stromrechnungen ab 2023 vorgehen werden. Die Politik sollte auch gewarnt sein, dass sie nicht den Energieversorgern wegen der Strompreisbremse auf den Leim gehen wird. Eine Bitte habe ich trotzdem an alle, die wütend und empört über die hohen Preise ihrer Stadtwerke oder Energieversorger sind. Lassen Sie bitte Ihre Wut und Ihre Empörung nicht an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kundenzentern ihrer Stadtwerke oder Energieversorger aus. Diese können nichts für die Preisentscheidung der Chefetagen ihrer Unternehmen. Oftmals ist es auch so, dass diese Menschen Ihnen auch nur helfen wollen. Ich bitte daher um einen fairen und anständigen Umgang untereinander. Näher zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.